Yo Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video! Heute geht es um wann meine Videos kommen. Ich habe schon mal so ein Video gemacht, aber mir scheißegal. Ich mache nochmal so ein Video, weil ich das alles nicht schaffe. Tschüss! Also, ich schaffe nicht drei Videos um 19 Uhr abends online zu bringen, Leute. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich es doch probiere, aber... Aber... Hör jetzt gut zu, okay? Ähm... Wir werden, oder ich werde, also dreimal in der Woche ein Video 19 Uhr online bringen. Also 19 Uhr in unserer Zeit. Ich weiß, es ist nicht in Deutschland, aber... Ja... Dann werde ich noch jeden Sonntag werde ich einen Vlog online bringen. Leute, ich muss noch ganz kurz was sagen. Ähm, mit den Vlogs habe ich da einen kleinen Fehler gemacht. Ich fange an mit Daily Vlogs und... Ja... Dann... Ja... Aber dann kriegt ihr jeden Tag einen Vlog von mir. Es wird aber noch immer die anderen Videos geben. Also... Ich hoffe ihr seid zufrieden damit. Ähm, wir schauen... Ja... Wir haben jetzt auch die großen Teste und so und... Damit habe ich nicht so viel Zeit Videos zu machen. Aber falls ihr es so haben wollt, lasst ein Like da, ähm... Wenn es euch so gefallen würde oder ja, lasst ein Like da. Wenn ihr YouTuber der Woche haben wollt, ich will ein neues Format anfangen. Und zwar ist es YouTuber der Woche. Wenn ihr das haben wollt, lasst mal 10 Likes da und bewerbt euch schon mal unten. Um sich zu bewerben, musst du einfach Hashtag YouTuber der Woche in die Kommentare schreiben. Ich blende euch das hier mal ein. Ähm... Und du musst ein Abo hier lassen. Und... Also du musst Abonnent sein. Und du musst eine positive Bewertung bei diesem Video hier lassen. Dafür push ich dich dann auch. Ähm... Ich weiß, ich habe noch nicht so viele Abonnenten. Aber ich push dich, wenn du... Ja... Ihr versteht sich ja okay. Ich kann nicht so gut erklären, aber... Egal. Das war jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fragt mich mal paar Fragen. Ich will bald ein Frage-Antwort-Video machen. Und... Ja... Danke für die Hater. Danke, dass ihr mich hatet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.